Na meinet, haul! Ich hätte liefst. Ah, ist schon ein Schäden mit Hände, ne? Ja. Wenn ich meine Emmerung in Ruhe hatte, da will ich immer wieder. Geht mit Ruhe, ne? Ihr seid zu schnell. Ihr seid zu schnell. Komm mal rein mit. Hallo. Hallo. Ja. Aber du, der ist in der Bahnhof. Und jede ist hier, ne? Ich war ganz erschlau. Das kann ich meine, ne? Ich war nämlich, wenn ich noch auf Bad an trage, bin ich zweit mit dem Zug, ne? Wenn ihr lange nichts angebaut habt, ne? Ja. Aber man... Bin ich fast der Zug gefällt, das klappt schon gar nicht. Bestimmt fünf, sechs, vier, acht Mal, immer hin und her. Ja, entweder ich zum Zug oder er mit dem Auto. Nein, nein. Aber das ist toll. Ach, das ist toll. Ach, das ist toll. Mein Cousin hat auch einen Hals. Ach, das ist toll. Ich war nicht gut, Mann. Im Westerwald, wo ich gerade gesagt habe. Und da fahren die auch jedes Wochenende hin, und eher sie oder er. Aber die wissen schon, und dann haben sie die Fände oder so. Ja. Das ist nicht mehr. Ah, ich... Ich komm gar nicht zum Film, die rasen wie die Weltmeister. Das ist nicht mehr. Ja, groß geht's dir mit Gloria hier zu. Hallo, gut. Voll hat sich angepiegelt. Oh, echt? Ja, beim Hoch, es hat noch hochgehobt, hat noch runter genossen, aber das ist nicht schlimm, das ist die Hunde. Die Hunde, die Hunde, bis jetzt, dass die Hunde es nicht mehr haben. Nee, wie ich die Woche da war, war ich schon hin in der Bode, hab ich Tapper gekauft, hab ich immer kommt aus, ich war mein Mann in der Wind, und der Hund springt dann mal hoch, und die Hunde soll ich nicht mehr sein. Ja, da rennt sie nur hin, ja. Ja, die werden doch alle schwindelig, wenn wir die das sehen. Der erste Vestie, wo ich hatte, war ich eine Freundin, das war so alt, man hat so wiederum, ich hatte so Bezugspersonen, und mein Dick kommt, er hat immer, wie immer, Ja, wenn er direkt lagen wird. Echt so gefreut, ja. Freustvoll, der Wurst, da war es manchmal Tippi aus Eifer, so. Boah. Wenn mein Freund bei mir lebt, schlägt er vor der Tür, auf seinem Kissen, und, ähm, wenn er da nicht reinkommt, und meine Freundin geht, Das ist schön, das ist so. Das ist schön, das ist super. Ah, ah! 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 Folter meinst du hier schon so? Sehr gut. Der passt ja nicht so.